heitere gedanken der cannabis podcast herzlich willkommen zu dieser neuen folge heitere gedanken und frohe ostern heute wollen wir uns mit der geschichte des hanfes auseinandersetzen dazu wird euch matthias mit an den ursprung des hanfes nehmen genau herzlich willkommen auch von mir und auch von mir frohe ostern die ersten nachweise über die verwendung von hanf gehen schon bis zur jungsteinzeit zurück damals wurde der wild wachsende hanf noch gesammelt und die pflanze nicht extra kultiviert das ganze passierte in asien genauer gesagt im gebiet im heutigen kasachstan nicht wie viele vielleicht vermuten in südamerika man nimmt an dass hanf und hopfen aus derselben pflanze entstanden sind die sich dann unterschiedlich entwickelt haben so soll die cannabis lanze bereits 27,8 millionen jahre alt sein und aus der tibet region stammen der erste hanf fund stammt aus der zeit um 8000 vor christus und wurde auf den japanischen oki inseln gefunden ja und vor ungefähr fünf bis sechstausend jahren begann man dann in china hanf zu kultivieren damit gehört hanf zu den ältesten nutzpflanzen der welt die pflanze wurde genutzt um seile für bögen oder auch papier und kleidung herzustellen der chinesische name für die cannabis pflanze ist ma das bedeutet so viel wie zweigeschlechtlich ein besonderes merkmal der cannabis pflanze es gibt ja eine weibliche und eine männliche pflanze von china aus gelangt cannabis sativa dann in die ganze welt da schnell begriffen wurde wie vielseitig und nützlich diese pflanze doch ist in europa stammen die ersten aufzeichnungen schon aus der antike vor rund 5500 jahren lächerlich gering scheinen daran die nun fast 100 jahre prohibition oder ja genau so mal sie nicht nur als nutzpflanze sondern 2800 jahre vor christus auch schon als heilpflanze verwendung fand in china wurde cannabis sehr früh gegen leiden wie schmerzen und entzündungen eingesetzt cannabis blätter wurden zum beispiel bei kriegsverwundeten damals einfach direkt auf die wunden gelegt um diese schneller heilen zu lassen aber zu diesem zeitpunkt wurde der nutz hat auch schon längst zu seilen gebunden und war als nutzpflanze nicht mehr wegzudenken genauso war hanf auch für die vermittlung von wissen unersetzlich denn die ersten papiere auf denen geschrieben wurden waren aus hanffaser die erfindung des hanfpapiers stammt aus china erst um 500 nach christus ungefähr kam es nach japan und erst im 13 jahrhundert nach europa außerdem wurde zur selben zeit auch schon die hanffaser zur herstellung von textilien geschätzt denn die hanffaser ist der baumwolle in vielen bereichen überlegen da werden wir in zukunft auch auf jeden fall noch mal eine podcast folge zu machen also zur textilfaser hanf im hinduismus ist der cannabis der göttin kali geweiht und wird ähnlich wie bei uns der wein bei der kommunion verwendet dadurch ist es schon lange zeit mit der indischen kultur eng verbunden es findet aber auch jetzt viel gebrauch im sozialen alltag so wird es oft bei feiern wie taufen oder hochzeiten konsumiert auch als lebensmittel waren sehr schnell beliebt hanfsamen wirken nicht psychoaktiv und bieten eine menge nährstoffe so dass schon 2500 jahre vor christus hanf ein fester bestandteil der ernährung war so wurde schon im alten indien pakistan und kasachstan hanf für mehl brei und sogar popcorn verwendet auch hanföl war damals schon sehr beliebt aufgrund der enthaltenen inhaltsstoffe und wie kam cannabis dann nach europa ja das war so eine der größten mächte der ersten jahrhunderte nach christus war das römische reich im jahr 300 nach christus im fall der römische kaiser gallerius cannabis als stimmungsaufheller und glücklichmacher damit es den leuten einfach besser geht im römischen reich gab es große hanflager so zum beispiel in ravennau und in wien auch im römischen reich wurden textilien aus hanf und sogar häuser mit hilfe von hanfaser gebaut das kommt ja jetzt auch wieder hanfkalk da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen aber auch als nahrungsmittel und medizin fand es schon einsatz ja und seit ungefähr 400 nach christus wird hanf in deutschland kultiviert vom mittelalter bis zur industrialisierung wurde hanf in ganz europa auf vielfältige weise genutzt in den klöstern wurde cannabis als heilmittel angebaut so tat dies auch hildegard von bing in ihren werken in denen sie die medizinischen nutzen von pflanzen beschrieb fand auch cannabis eine rolle ich zitiere wer ein leeres gehirn hat und hanf ist dem bereitet er schmerz im kopf dem gesunden kopf und vollem hirn schadet er nicht sie beschreibt die wirkung der pflanze gegen rheuma bronchitis epilepsie und als schmerzmittel auch damals 1484 gab es schon eine kleine cannabis prohibition der damalige papst innocenz der achte hat in seiner hexenbulle den konsum von cannabis verboten denn mit der zeit wurde das wissen um die pflanze immer mehr ist immer mehr verloren gegangen und die die es aber wussten die wurden dann halt schnell als hexen dargestellt weil wenn man ja weiß wie pflanzen kultiviert werden und damit auch noch leute heilen kann und auch noch psychoaktive effekte hervorrufen kann dann ist ja klar dass das eine hexe sein muss ja und erst die spanier brachten dann das cannabis im zeitalter der entdeckung nach südamerika und 1620 brachte die mayflower nicht nur die ersten britischen siedler in die heutigen usa sondern auch den hanf nebenbei die unabhängigkeitserklärung der usa wurde auf hanfpapier geschrieben und george washington persönlich baute sich cannabis gegen seine chronischen zahnschmerzen an cannabis geriet in europa aber immer mehr in vergessenheit erst als die erkundung von den briten und franzosen losgingen haben sie cannabis wieder entdeckt als dann aber napoleon während eines ägypten feldzugs fast von einem kämpfer getötet wurde der haschisch konsumiert hatte also der hai war verbot verbot napoleon cannabis in ganz ägypten und so brachte napoleon halt auch eine politik mit nach europa die cannabis verbieten sollte sein größter feind großbritannien nutzte bis ins 19 jahrhundert sehr viel hand um die sehr hoheit zu gewährleisten weil hand vor allen dingen in segeln und seilen verwendet wurde die größten hanfexporteure zu der zeit waren russland und italien und in der repressionspolitik von napoleon fordert er halt auch russland auf die hanf produktion einzustellen und kein hanf mehr an großbritannien zu exportieren einer der gründe weswegen napoleon dann später auch in russland einfiel ja und cannabis und auch vor allem haschisch kam im 19 jahrhundert förmlich in mode zu diesem zeitpunkt wurde viel von der orientalischen kultur kopiert so auch der konsum von haschisch auf einer wasserpfeife die hooker genannt wird und auch königin victoria konsumierte haschisch um ihre menstruationsbeschwerden zu lindern und sogar william shakespeare konsumierte cannabis in deutschland fand man meistens knaster dieser wurde als billiger tabakersatz geraucht und bereits 1660 wurde cannabis in coffeeshops in amsterdam konsumiert aber wie kam es denn dann zur prohibition dieser pflanze die die menschheit jetzt schon jahrhundertelang sogar jahrtausende lang begleitete ja das fing vor allen dingen so anfang des zwanzigsten jahrhundert an während der wirtschaftskrise da hat sich ja die jazzmusik und die blues kultur so ein bisschen entwickelt und immer mehr clubs in denen sich vor allen dingen dunkelhäutige aufgehielt hatten hatten den ruf dass sie sehr spaßig sind gute musik haben und cannabis war halt auch immer teil von dieser kultur und die freudige kultur zog dann halt auch immer weiter die jüngere bevölkerung an und vor allen dingen hat auch die weiße bevölkerung und das war halt vor allen dingen den weißen älteren leuten ganz schöner dorn im auge die meinten dann so die schwarze bevölkerung verdirbt die weißen dazu kam es dass nachdem die alkoholprohibition gescheitert war eine neue prohibition gesucht wurde harry anslinger der dem ein oder anderen hier schon was sagt vermute ich mal war einer der treibenden kräfte der cannabis prohibition und getrieben von rassismus und der baumwoll industrie welche den hand als konkurrenz loswerden wollte denn in jahren zuvor wurde die handfaser produktion industrialisiert und drohte die baumwolle komplett vom markt zu drängen weil die handfaser halt in vielen bereichen überlegen ist ja und wie es dann genau weitergeht also wie die prohibition dann richtig zustande gekommen ist und wie sich die entwickelt hat das werden wir in einer weiteren folge dann weiter anschauen wir hoffen euch hat diese folge schon gefallen und ihr habt einiges lernen können über die geschichte dieser jahrtause jahr millionen jahre alten pflanze und dass ihr wieder was neues mitnehmen konntet und wie lächerlich gering quasi die prohibitionszeit ist in der wir gerade stecken und die ja vermutlich jetzt langsam auch zu ende geht macht euch noch einen schönen abend oder schönen tag und bleibt schön heiter auf wiederhören bis zum nächsten mal wenn ihr uns unterstützen wollt schaut gerne auf unserer homepage vorbei heitere-gedanken.de dort findet ihr weitere infos über uns ein supporter shop in dem wir cannabis inspirierte kleidung anbieten und auch die neuesten videos folgt uns auch gerne auf youtube und instagram youtube heißen wir heitere gedanken instagram heitere unterstrich gedanken und wenn euch gefällt was ihr hört dann teilt das gerne mit euren freunden like button drücken und abonnieren nicht vergessen bis zum nächsten mal